Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, diesmal mit einer kleinen Frage an euch. Ich wollte fragen, ob ihr eigentlich noch was anderes sehen möchtet als LS17 Feuerwehr, weil mir persönlich bringt es Spaß, LS17 Feuerwehr zu, ich erinnere es jetzt mal, zu drehen. Aber wenn ihr gerne noch was anderes sehen möchtet, zum Beispiel Notruf 1.2, Minecraft, X-Plane 11, dann kann ich das gerne mal bringen, wenn ihr das sehen möchtet. Ja, ich schreibe euch mal in die Videobeschreibung eine Liste mit Spielen, die ich hier habe. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch was anderes sehen möchtet oder nicht. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Ciao!